Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zur dritten Folge des Podcasts mit Bjarne und Julia. In den letzten Folgen habt ihr ja schon gelernt, wo die Anfänge unserer Bewegung liegen und was wir selbst so über uns denken. Aber das ist ja alles relativ theoretisch. Heute wollen wir euch ein paar praktische Einblicke in unser eigentliches Stammesleben geben und euch erzählen, wo wir herkommen, aus welchen Stämmen, was wir da so machen, wir und auch andere im Stamm und wie das generelle Zusammenleben so ist. Also halt generell allgemein das Stammesleben, Stammesalltag und so. Ich komme aus dem Stamm St. Andreas Larsstedt. Der ist bei Peine. Aktive Mitglieder haben wir, glaube ich, so um die 80 bis 90. Davon natürlich größtenteils Kinder und andere Mitglieder der Gruppen. Und auch einige Ältere, die eben in den Gremien und im Hintergrund etwas weiter arbeiten. Das, was wir als Jugendliche nicht ganz so gut schaffen können. Ja, und ich bin Mitglied des Stamms Wassergeusen. Der ist in Nordhorn im VCP-Bezirk Ems. Wir sind ein verhältnismäßig kleiner Stamm mit, ich glaube, so etwa 30 Mitgliedern. Aber nicht mehr, aber ehrlich gesagt, nicht ganz sicher. Ja, wir haben zwei Kindergruppen oder auch Sippen, in denen jeweils sechs Mitglieder sind und eine Leiterrunde, in der so zwischen fünf und acht Mitgliedern sind. Ja, wie ist das denn bei dir so, Biane? Wie groß seid ihr denn so etwa und wie viele Gruppen habt ihr? Ja, wir haben ein paar mehr Gruppen, dadurch, dass wir eben auch mehr Mitglieder haben und mehr Kinder akquirieren konnten. Wir haben aktive Gruppen, meine ich fünf, in allen möglichen Altersstufen. Natürlich eine in der Kinderstufe, also ganz, ganz kleine. Dann haben wir noch eine etwas ältere und zwei relativ größere. Und die letzte hat jetzt aufgehört mit Gruppenstunden, da die in das Ranger-Rover-Alter, also in das Alter kommen, in dem sie selbst arbeiten im Stamm und Gruppen leiten und an anderen Aktionen des Stammes teilnehmen können, sodass Gruppenstunden etwas überflüssig werden. Und bei euch? Wie alt sind eure Kinder so? Ja, also in der Gruppe, in der die jüngeren Kinder sind, sind die so etwa elf bis dreizehn Jahre alt. Und in der Gruppe mit den Eltern, die werden jetzt langsam auch auf GGD- und Gruppenleitergrundkurs vorbereiten. Die sind so 13 bis 14, die werden jetzt demnächst immer 15. Und in unserer Leiterrunde haben wir von 17 bis 60 eigentlich alles. 17 bis 60 haben wir auch alles, glaube ich. Ich glaube, der älteste Aktive bei uns ist irgendwo Ende 60. Was macht ihr denn außerhalb der Gruppenstunden noch so? Oder generell erstmal in den Gruppenstunden, was macht ihr denn da? Ich weiß nur, was wir da machen. Das ist eine gute Frage, die ich jetzt nicht so genau beantworten kann. Der Gruppenstundenleitung hat nicht mehr so viel zu tun. Aber ich habe jetzt so, wenn ich die gerade mitbekommen habe, wohl mitbekommen, halt so natürlich so das übliche Lagerfeuer, Schnitzen, Kote aufbauen, Langkote, Jurte, Knoten, Fahrtfinderregeln. Warte mal, das waren jetzt schon sehr viele Fachbegriffe, die du gerade benutzt hast, oder? Was sind denn Jurten und so? Ha, schade. Ich dachte, das wäre ein Fall für das Fahrtfinder-ABC. Ja, das ist auch ein Fall für das Fahrtfinder-ABC. Das haben wir ja jetzt noch nicht. Aber wir können es gerne auch für da lassen. Also wir müssen es nicht jetzt beantworten. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen einfach so weiter. Ja. So, aber mit der Planung von den Kindergruppenstunden habe ich so nicht mehr so viel zu tun. Ich bin eigentlich meistens nur noch in der Leiterrunde anwesend. Die haben wir zweimal die Woche und ja, mache dann da so Dinge mit wie Pfingstlager-Vorbereitung oder auch andere Freizeiten vorbereiten, Feelingslicht, so organisatorisches Zeug, eben, aber nicht mehr so direkt arbeiten mit Kindern eigentlich. Das macht ja nichts. Du bist ja trotzdem aktiv. Aber zweimal die Woche Leiterrunden finde ich schon ein bisschen, nicht schon ein bisschen viel, aber ich finde es erstaunlich. Wir haben einmal eine, alle zwei Wochen, in der wir auch solche Sachen machen wie Planungen besprechen und so. Aber bei uns wird auch nicht geplant in der Gruppe. Das wurde mal gemacht. So inzwischen planen wir solche Sachen immer durch Planungsteams, die eben bestimmt werden. Und in denen dann immer Freiwillige sitzen, die das gerne machen möchten. Ja, wir haben ja nur so zwischen fünf und acht Mitglieder in diesem Planungsteam. Also diese fünf bis acht setzen sich zusammen, dass es etwa fünf sind, die eigentlich jedes Mal da sind. Und bei den anderen dreien ist es jetzt tatsächlich abhängig vom Berufsleben, ob sie Zeit haben, zu einer Gruppenschunde zu kommen oder nicht. Deswegen fünf bis acht. Und eigentlich nennen wir das auch nicht Leiterrunde, sondern einfach Stummgruppenstunde auch. Da ist eigentlich montags nach den Kindergruppenstunden immer der Plan, dass da schon die Gruppenstunden für die nächste Woche geplant werden. Oder man da Sachen bespricht für die Stammesversammlung oder die Bezirksversammlung oder andere zeitnah anstehende Aktivitäten. Und freitags eigentlich dann eine Gruppenstunde sein soll, in der wir was für uns machen oder auch Aktionen planen, die jetzt vielleicht auch mal nur für die Älteren sind, ohne dass wir zwingend Kinder mitnehmen. Die Trennung hat jetzt bisher noch nicht so gut geklappt, also meistens vermischt sich das. Und beide Treffen sind irgendwie Planungstreffen, aber weil wir halt eben auch nur so wenige sind, gibt es da jetzt nicht so die Kapazität für verschiedene Bereiche, verschiedene Planungsteams zu erstellen. Ja gut, bei uns machen wir, also wir haben auch sowas, aber leider erst seit kurzem, da die Gruppenstunde unserer Gruppe, also unsere Gruppe war die Pinguine, Wir waren schon ziemlich alt für Gruppenstunden mit 17 bis 20 Jahren. Dann haben wir damit aufgehört, aber haben anstelle dieser Gruppenstunde den Stammesabend etabliert, in den jetzt auch die neue Gruppe mit reingefallen ist. Also nicht die neue Gruppe, aber die Gruppe, die jetzt auch zu alt für Gruppenstunden geworden ist. Und an dem treffen wir uns dann immer, oder jetzt nicht, aber vorher, vor Corona. Und da haben wir dann immer so Spaß gehabt und im Spaß dann eben auch ein paar Sachen für Ältere geplant. Und ansonsten werden bei uns auch so größere Sachen, bei uns heißt das Mitarbeiterrunde, nicht, wie hieß das bei euch, Gruppenstunde? Ja, also es hat sich halt irgendwo aus einer Gruppenstunde etabliert und wir haben den Namen einfach beibehalten. Bei uns heißt das einfach kurz MIRU für Mitarbeiterrunde, weil alle, die im Stamm mitarbeiten, Gruppenleiter sind irgendwie, die sind bei uns Mitarbeitende und MIRU klingt witzig und deswegen haben wir das so genannt, denke ich. Und da planen wir dann auch eben Sachen wie Stammesfahrt, Pfingstlager, Stammesversammlung, Stammesversammlung aber hauptsächlich durch die Stammesleitung. Und es werden eben auch Probleme angesprochen, die wir haben, wie wenn irgendwie ein kleiner Streit in Gruppen ist, wenn man ein bisschen die Hilfe von älteren Erfahrern und Mitgliedern des Stammes braucht, solche Sachen. Ah, okay. Ja, das ist so in etwa auch das, was wir machen. Du hast jetzt gerade Stammesfahrt angesprochen, so das kenne ich gar nicht. Kannst du vielleicht irgendwie erklären, was das ist? Eine Stammesfahrt in unserem Stamm, das ist, wenn wir Jahresanfang haben, meist so im Januar oder Februar, dann fahren wir mit dem ganzen Stamm, also auch mit den Kindergruppen und mit den etwas älteren Kindergruppen, aber auch mit den sehr alten, sehr alten Mitarbeitern nicht. Die freuen sich nicht, wenn ich jetzt sowas hier sage. Mit den erfahrenen Mitarbeitern. Irgendwo mieten wir dann ein Haus, das groß genug ist für alle und dann fahren wir für ein Wochenende, also meist Montag, äh Quatsch Montag, meist Freitag bis Sonntag, meist auch in den Harz und haben da eben schöne kleine Aktionen, die geplant werden. Da gibt es immer ein Planungsteam, das das plant. Das sucht sich dann Leute, die Workshops planen möchten. Dann gibt es meist noch ein Großspiel, so ein Chaos-Spiel oder so, wo wir die Zettel im ganzen Haus verteilt hinkleben und da stehen dann auf der Vorderseite Zahlen, auf der Rückseite Sätze, die man sich merken muss. Und wer am Ende dann halt am schnellsten durch ist, hat gewonnen. Und am Ende gibt es dann halt immer schöne Stammes, also schöne Abende auf der Stammesfahrt, wenn die Kinder im Bett sind, mit Chai, also mit Fahrtfinder-Tee und mit Gesang, mit Gitarren. Und das sind dann halt immer zwei schöne Tage, zwei schöne Abende und Sonntag geht es dann immer zurück. Warum kennst du denn sowas nicht? Macht ihr keine Stammesfahrten oder habt ihr andere Fahrten? Ähm, nee, ich habe jetzt gerade das erste Mal von der Stammesfahrt gehört. Wir machen halt natürlich Pfingstlager mit unserem Stamm. Ja, das kenne ich auch. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so die erste Aktion im Jahr, wo wir dann auch so richtig zelten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das Pfingstlager ist bei euch die erste Aktion zum Zelten? Ja. Das ist aber ziemlich spät dann schon, oder? Ja, das dachte ich mir gerade auch, deswegen bin ich mir gerade auch überhaupt nicht mehr sicher, ob das stimmt. Bei uns gibt es dafür nämlich immer extra ein An- und ein Abzelten. Nee, das haben wir noch nie gemacht, so. Ähm, also es kann sein, dass sich das jetzt möglicherweise bei uns auch irgendwie mal ändert, so. Wir haben das, eigentlich ist das jedes Jahr wieder ein Thema, ob wir nicht An- und Abzelten machen wollen. Und dann finden wir aber irgendwie nie einen Termin, der für uns alle passt. Ähm, und dann ist es irgendwie auch oft schon zu spät, um den Kindern noch Bescheid zu sagen. Und dann kommt das irgendwie auch nicht so richtig zustande. Wir haben aber dafür ganz oft auch so Tagesaktionen, die wir machen, ähm... Welche Alterstufe sind denn die? Ähm, ja, die kleinere Gruppe, also die mit den Jüngeren von 11 bis 13 und die andere von 13 bis 14, 15 etwa. Nee, das ist wirklich gar nicht mal so jung. Macht ihr demnächst eine neue Gruppe auf, oder habt ihr nicht die Kapazitäten zu? Wir haben nicht so die Kapazitäten. Also wir haben, äh, zwei Leute, die so richtig dauerhaft immer Gruppenstunden machen können. Ähm, einer, der jetzt aktuell die Gruppenstunden sehr intensiv unterstützt, ähm, der aber sonst in Göttingen studiert und dann natürlich nicht jeden Montag für die Gruppenstunden vorbeifahren kann. Der aber sonst auch aus Göttingen immer sehr aktiv mitarbeitet. Ähm, das ist übrigens auch unser Bezirksteam, also ein Teil davon. Äh, und... Ja, bei den anderen passt das zeitlich irgendwie einfach nicht. Und weil wir aber jetzt auch niemand anderen haben, der in einem Alter wäre, Gruppenstunden leiten zu können, haben wir einfach auch nicht die Kapazität, jetzt noch eine neue Kindergruppe aufzumachen. Äh, da bräuchten wir erstmal noch mehr Leute, die auch dann bereit wären, eine Gruppe zu leiten. Weil die, die das jetzt machen, auch, äh, nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwie so Abi machen. Hm. Und damit die dann hoffentlich, wenn die jetzigen Gruppenleiter-Abi gemacht haben, äh, in Richtung Gruppenleitung gehen und dann Gruppen übernehmen, dann könnte man ja vielleicht auch noch wieder eine jüngere Gruppe auch aufmachen. Weil wir jetzt natürlich auch gar nicht wissen, was dann überhaupt ist, wenn jetzt unsere ganzen Gruppenleitungen Abitur gemacht haben. Das ist spannend. Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, einige davon werden weggehen, irgendwo anders studieren, irgendwo Ausbildung machen, weniger Zeit haben. Aber es werden immer so drei, vier, fünf, also wie, wie groß waren eure Gruppen? Ja, also die Kindergruppen haben sechs Mitglieder pro Gruppe, die aktiv jede Woche da sind und auch angemeldet sind. Und unsere Leiterrunde eben fünf bis acht Teilnehmer, davon sind, ähm, drei oder vier, ne, drei, glaube ich, schon berufstätig und eben dementsprechend aber halt auch nicht immer vor Ort oder ansprechbar. Äh, der eine, den ich gerade erwähnt habe, der sonst in Wöttingen studiert, ähm, und auch in unserem Zielsteam ist, ist ja, wie gesagt, halt auch zum Studieren weggezogen. So, aber der ist natürlich dann, wenn sie es einrichten lässt und wir am Wochenendeaktionen haben, auch immer mit dabei. Deswegen planen wir viele Dinge eben auch so, dass Leute, die nicht mehr hier wohnen, aber halt immer noch auch gerne mitmachen, daran teilnehmen können. Das macht halt auch bei Helitimien genug schwer. Äh, und ich bin ja zum Studieren auch damals nach Biegelfeld gezogen, aber jetzt seit, äh, Oktober etwa halt wieder da. Ich finde das ja auch schön, so kannst du hier mitarbeiten. Ja, aber wir wissen halt jetzt natürlich noch nicht, was dann mit den Leuten das die Abi machen. Es kann ja auch sein, dass sie erst noch ein FSJ machen oder eben was völlig anderes oder eine Ausbildung und dann noch vor Ort sind. Also wenn ich da aus meiner Erfahrung einfach mal runterrechne, dann bei den sechs Leuten hätte ich gesagt, gehen vier weg, machen irgendwas anderes, aber zwei bleiben. Das wäre das, was aus meiner Erfahrung runtergerechnet wäre, aber ich weiß nicht, ob das einfach so machbar ist, das runterzurechnen, ob das Blödsinn ist. Es kann ja auch sein, dass alle sechs weggehen, nur alle sechs bleiben. Ja. Eine Frage, die ich mir die ganze Zeit noch gestellt habe, ist, du hast jetzt sehr viel von eurer Gruppenstunde erzählt und Montag und Freitag wird auch so der Stamm geleitet oder habt ihr, wie wir zum Beispiel, eine Stammesleitung, die gewählt wird alljährlich bei der Stammesversammlung zusammen mit anderen Ämtern, die dann eben solche bürokrativen Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel Anträge stellen, wie Gelder besorgen und so oder Kassenwart, der dann eben sich um die Kasse kümmert oder so. Wie läuft das bei euch? Bei sowas haben wir ja alles. Also wir haben ein dreiköpfiges Stammesteam, das wir immer für zwei Jahre wählen. Das hätte jetzt gestern eigentlich neu gewählt werden sollen, aber ist ja gerade nicht so viel mit Versammlungen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal auch, das ist glaube ich, Januar oder wann auch immer wir wählen können, weiter. Aber ja, also die schreiben dann halt zum Beispiel Briefe an Eltern oder halt E-Mails mit Infos, die zum Beispiel jetzt das Gruppenstunden aussetzen. Das hatten wir letzte Woche schon beschlossen, bevor wir wussten, dass es verboten ist, dass sowieso halt Gruppenstunden oder Jugendarbeit nicht mehr geht diesen Monat. Ähm, und so Zeug. Aber ansonsten machen wir eigentlich eben alles in dieser Leiterrunde zusammen. So ein Kassenwart haben wir nicht. Ähm, wir sind bei uns eigentlich relativ gut an die Kirche angegliedert, meine ich. Und irgendwie läuft das da mit über das Sekretariat, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass wir keinen Kassenwart haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das sonst verwalten. Ja, Anträge stellt eigentlich immer jemand, der damals für Elkplan den Stamm auch mit gegründet hat und weiß, wie das geht. Ähm, der jetzt aktuell auch noch zum Stammesteam gehört, weiß nicht genau, ob er sich nochmal aufstellen lässt. Aber der halt auch weiterhin sonst die Anträge stellen wird, wenn er halt nicht Stammesteam ist. So, das ist, ja. Das sind halt immer die Alten, die dann alles machen irgendwie. Sind wir auch dankbar für. Ja. Haben wir auch sehr viele von, die sich da sehr viel einsetzen und Sachen machen. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber, ja. Okay, die Erfahrenen, wir einigen uns auf die Erfahrenen. Ja. Wart ihr beim letzten Friedenslicht dabei? Letztes Jahr? Ja. Also als es stattfand. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr eins gibt. Ich denke nicht. Ähm. Beziehungsweise nicht in den Ausmaßen. Wir machen das immer mit den katholischen Pfadfilern, dem DPSG, hier in Nordhorn zusammen. Und machen da halt eine gemischte Veranstaltung raus. Ähm. Das machen wir auch eigentlich jedes Jahr. Und bereiten das immer dann auch mit denen vor. Ähm. Dieses Jahr haben wir mit der Vorbereitung schon angefangen. Da war vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Treffen über Zoom oder sowas ähnliches. Also halt über eine Videoplatform. Ähm. Da wäre jetzt morgen auch das nächste Vorbereitungstreffen. Äh. Ich denke, wir bereiten das auch einfach erstmal weiter vor. Weil wir ja nicht wissen, was ist. Und überlegen uns halt, was man... Wie man das zur Not sich einfach irgendwie irgendwo abholen kann. Also Leute, die daran interessiert sind, das Friedenslicht sich abzuholen, ohne irgendeinen großartigen Kontakt mit Menschen. Sind wir jetzt natürlich noch nicht so weit in der Planung. Ähm. Aber. Ne, sonst sind wir eigentlich immer mit dabei. Wie ist das denn bei euch so? Ja, wir waren letztes Jahr auch mit dabei. Wir haben das auch abgeholt aus Braunschweig. Ja, aus Braunschweig. Aus einer Kirche da. Ich weiß nicht genau, welche Kirche das war. Die am Bahnhof, am Hauptbahnhof in der Nähe. Und das war ein schöner Gottesdienst. Der wurde auch mit organisiert von VCP-Fahrtfindern aus Bezirk Braunschweig. Beziehungsweise Bezirk Elm aus Braunschweig. Der Gottesdienst war nicht allzu lang, aber dafür ziemlich schön. Das war so an Weihnachten. Danach gab es das Friedenslicht. Und dann haben wir es ausgetragen in die ganzen Gemeinden und die ganzen Kirchen zu sehr vielen Gottesdiensten, bei denen wir eben dann mit eingeladen waren. Wir durften teilweise sogar mit einziehen, hat der Pastor uns erlaubt. Und haben das am Ende dann eben an die Gemeinde ausgeteilt mit entsprechenden Kerzen. Ach so. Das ist ja sehr schön immer jedes Jahr, bitte. Also ja, ich hätte gerade gar nicht drüber nachgedacht, dass es auch so unterschiedlich sein kann. Wir haben halt immer mit den Katholiken zusammen einen festen Termin, wo wir jetzt zwar auch so einen Aussendungsgottesdienst selbst vorbereiten und den machen. Und verteilen das dann aber auch immer nochmal an Weihnachten, mindestens in den beiden Krippenspiel-Gottesdiensten, manchmal auch noch in den anderen Gottesdiensten. Und haben das dann auch immer, dass wir da dann mit ein paar Leuten einziehen, kurz was zum Friedenslicht erzählen, wo das herkommt und so. Und dann am Ende, bevor alle gehen, das halt an die Gemeinde auch verteilen, wenn so die letzten Lieder gesungen werden. Das klingt aber auch schön. Ja. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das nur geht, wenn man eine relativ kleine Gemeinde hat oder eine relativ große Kirche, eins von beiden, aber auf jeden Fall. Ja, geht so. Also die Kirche ist eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt sagen, die ist schon relativ groß, das ist, glaube ich, aber auch hat der Produktionsdorf, ich weiß es nicht. Es wird halt auch Kirchen, die größer sind. Nächstes Mal im Dom. Ne, also das sind dann, wir einigen uns immer auch drei Leute, die dann das Friedenslicht nach vorne bringen, die damit dann durch den Mittelgang laufen. Dann erzählen die da so drei, vier Sätze zu, bevor das Krippenspiel und die Predigt losgehen. Und dann das Verteilen geht ja eigentlich relativ schnell. Wir fangen ja mal an, dass am Anfang der Sitz war, jemanden anzuzünden und der reicht das dann so durch. Also wir zünden seiner Kerze die nächste an und so. Bei uns haben wir dann immer extra, da gibt es ja diese Grabkerzen quasi, aber in weiß und da ist das Logo vom Friedenslicht drauf. Ja. Die geben wir dann immer noch mit raus und wenn die Leute möchten, können sie ein bisschen spenden, sodass ich das eben immer so ein bisschen gegenrechne. Wir machen damit keinen Gewinn oder so, weil wir verdienen weniger dran, als wir dafür ausgeben für die Kerzen, glaube ich. Aber das ist halt schöner, als wenn die nur so eine kleine Kerze haben, finden wir. Deswegen kriegen wir dann immer so gleich so ein ganzes Grablicht von uns gegeben quasi, stellen sich dann an und bekommen das, wenn sie es haben möchten. Ah, okay. Nee, bei uns in der Kirche werden sowieso so kleine Kerzen verteilt in so einem Plastikbecher. In unserer Kirche wurde auch schon irgendwie am Ende des Gottesdienstes immer eine Kerze angezündet an Weihnachten, bevor es bei uns Pfadrinne und Friedenslicht gab. Das wurde jetzt halt einfach dann dadurch ersetzt. Ja. Klingt aber auch schön, wie ihr das macht. Was macht ihr noch so, außer im Friedenslicht? Also wir gehen ab und zu nochmal, wandern in den verschiedenen Gruppen, also zumindest in der älteren Stufe, da wo man jetzt Auto fahren darf, beziehungsweise da, wo man die Möglichkeit hat, irgendwie irgendwo hinzukommen, was bei den Kindern eben nicht so der Fall ist, die haben ja auch nicht so die Zeit, aber ab und zu mal eine kleine Wanderung, ab und zu mal ein kleiner Ausflug irgendwo anders hin. Macht ihr sowas auch oder nur wir? Nee, wir machen auch so kleinere Aktionen, so Nachtwachen zum Beispiel oder auch kleinere Wanderungen, aber dann meistens auch offen für den ganzen Stamm. Das machen wir hier dann auch einfach bei uns in der Region, denn wir haben halt auch das Problem, dass die meisten in unserem Stamm halt noch kein Auto fahren dürfen und die, die einen Führerschein haben, aber halt jetzt auch nicht irgendwie so umfangreich immer ein Auto zur Verfügung haben. Und ja. Ja, das klang jetzt auch, als würden wir ständig irgendwo hinfahren. So ist jetzt nicht, aber wenn man mal irgendwo wandern gehen will, geht das halt im Harz besser als in der Nähe von Peine. Ja, okay, ja, ja, also, so richtig hügelig ist die Landschaft bei uns jetzt auch nicht, aber so, weiß ich nicht, auch so viele Kinder, die jetzt vielleicht noch nicht so viel gewandert sind oder bei sowas noch nie mitgemacht haben, einfach mal irgendwie so einen Tag ein bisschen durch den Wald ein paar Kilometer und einfach mittags auf dem Spanier was kochen oder so, ist, glaube ich, dann oft auch schon Unterhaltung genug für die. Dann machen wir manchmal im Anschluss daran noch einen Bürtenabend oder so, also treffen uns dann bei uns am Gemeindehaus, wo wir immer sind und entweder haben dann schon welche, also Leute, die nicht mitgelaufen sind, die Leute aufgebaut und was vorbereitet mit Feuer und Essen oder was macht man dann, wenn man da ankommt und dann lässt man entweder den Abend noch so ein bisschen ausklingen, manchmal übernachten wir da dann auch, das ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Das ist doch schön. Ja, ja, tatsächlich. Es klingt jetzt so, als wäre ich davon überrascht. Ich bin davon nicht überrascht. Oh Gott. Okay, gut. Dann soll das für heute erstmal genug sein. Ihr seht, es gibt sehr viel zu sagen zum Zusammenleben als und im Stamm. Das stimmt. Ähm, wir könnten noch ewig so weiterquatschen, aber unsere Zeit hier ist begrenzt. Wir haben nur die halbe Stunde, beziehungsweise die 20 Minuten und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine weitere Folge über dieses Thema, man weiß es nicht, aber für heute soll es erstmal genügen. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Themenwünsche, dann könnt ihr euch gerne über Instagram bei Add unter Dürttendächern an uns wenden oder auch per E-Mail oder über die Homepage. Ähm, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast Freunden, Verwandten, Fremden, wem auch immer empfehlen würdet. Ähm, finden könnt ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Von uns war's das an dieser Stelle erstmal. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass ihr zu unserer nächsten Folge am 23.11. wieder einschaltet. Bis dahin, äh, bleibt gesund und viel Fahrt. Viel Fahrt. Bis dahin, äh, bleibt gesund. Bis dahin, äh, bis Huna. Bis dahin, äh, bleibt gesund. Untertitelung des ZDF, 2020